Hey, Quanto, äh, Quanto, äh, Quanto, 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 ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ja, da gibt es drei, in dem Modpack hast du ja drei Maps mit dabei, die musst du nur aktivieren. Drei verschiedene. Da gibt es eine Runde, eine Ecke hier oben und so eine, die schaut so ein wenig ähnlicher aus wie so eine Piratenkarte. Die finde ich auch irgendwie ganz cool, aber irgendwie nicht passend zu Tech World. Irgendwie nicht passend zu Tech World. Hier, hier, hier. Eine Ebene nur noch, Gott sei Dank, nur noch eine Ebene, dann haben wir das geschafft. Dann haben wir das geschafft. So, das schaut doch gut aus, das schaut doch echt gut. Was baust du da? Ich versuche gerade einen Reaktor zu bauen, einen größeren. Ähm, denn wir, also ich will einen Reaktor bauen, der alles ein bisschen versorgt, der, weil ich Selbstversorgung bauen möchte, also der Reaktor soll selbstversorgend sein. Und zwar, ich schmeiße Reglorium rein, es kommt Cyanid, also ein Abfallprodukt raus, das kann ich, scheiße, das kann ich aber wieder aufarbeiten. Das dauert wieder ewig, das kann ich wieder aufarbeiten zu Plutonium und das läuft dann wieder zurück. Dann muss ich die Selbstversorgung und alles nur einmal bauen. Und auch eine kleine Redstone-Steuerung ist mit dabei, hier hinten, die ihn dann automatisch aktiv schellt oder wieder ausschellt. Und das muss ich dann nur einmal bauen. Und hat er wenigstens richtig Bums und Bäm, ich hoff's, ich hoff's, ich hoff's. Ich weiß auf jeden Fall, ich muss ihn Wasser kühlen, weil sonst überhitzt er mir zu schnell. Ja, zu sagen, hat er richtig Bums, also... Ich muss was sagen, ich hab auf dem Com-Server fast geschafft, einen Reaktor zu sprengen. Wie das? Hast du mal auf Dauer angelassen? Der darf nicht... Der darf nicht Dauer anbleiben! Aber der darf nicht auf 100% verlassen! Ja, der geht dann auf, ich glaub, 5000-6000 Grad hoch, oder? So, jetzt hat er wie vorhin einmal wieder gesagt, ich tue ich das nicht an. Äh, Wasser. Wasser. Stimmt, ich bin ja englisch. Water. Äh, zack, 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 zack. Hier, 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 hier. Hier, hier, da, da, da. Müssen wir hier noch ein bisschen überall schön reinsetzen. Ganz entspannt, überall ein bisschen Wasser. Ey! Du setzt gerade kein Wasser! Das war jetzt ein bisschen knapp vor der Lava. Nein! So. Hier kann ich auch langsam mal Wasser sitzen. So, hier, weil da sind wir auch schon bis oben durch. Hier, da auch Wasser. Da, hier. Ich brauch zum Glück nur noch eine Ebene mit, äh, Brennstäben. Dann hab ich das endlich geschafft. Eine Ebene Brennstäbe noch. Dann haben wir das. So, wie hoch sind die Chancen, Chris, dass wir auf Mega-RF kommen und nicht nur auf Kilo-RF? Gute Frage. Weil der Kleine, ich muss mal gucken, der Kleine, der hat jetzt zwei Brennstäbe und nicht pro Ebene anderthalb Stacks Brennstäbe. Atomreaktor? Nope. Äh, ein Gelorium-Reaktor. Hm. Das ist... Naja. Kann man eigentlich auch sagen, es ist auch ein nukleares Material. Aber nicht so das typische nukleare Material. Ja, ist ja gut. Next. Ist ja gut. Ich geh eh nicht drauf ein. Also von daher. Hm. Jetzt kannst du noch zehnmal schreiben und es stört mich nicht. Äh, yeah. Oh Gott, wir werden noch so viel Eisen brauchen. Gucken wir schon mal zurück. Wir werden noch so viel Eisen brauchen. Mir wird jetzt schon schlecht. So. Äh. Da, 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 da. What the fuck? Prüfung bestanden. Ich hab viel schlimmere Sachen drauf. Nee, Quatsch. Hm. Da ist noch eine Ender-Lily. Nice. Hm. Äh, das haben wir ja von vorhin noch. Ich brauch noch Wetter-Kollektoren und dann müssen wir hoffen, dass es regnet. Sonst passiert, äh, funktioniert die Selbstversorgung nicht. Passiert. Ich schau morgen mal wieder rein. Okay. Okay. Bis morgen. Nacht. Oder wir sagen guten Morgen. Scheiße, wir haben ja schon wieder Fünfe. Ich krieg meinen Schlafrhythmus, krieg ich meinen Schlafrhythmus nie hin. Gott. Naja, wobei, jetzt wäre ich für die Arbeit schon wieder wach. Jetzt wäre ich wach für die Arbeit. Ähm. Sag mal. Was wollte ich gerade machen? Ach so, Iron. Die sind fertig. Okay. Okay. Das heißt, äh, eins, zwei, drei, vier. Gott, ich hoffe, das reicht. Das reicht zumindest endlich, um den Reaktor fertigzustellen. Ja, aber wir brauchen insgesamt. Eins. Eins oder ein Stack? Eins. Du brauchst, du musst nur ein Fluid, äh, 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 Ding bauen. Also das ist Interface, ME-Interface heißt das. Braucht man nur eins. Ja, eins braucht man da, glaub ich. ME-Interface für das, für die Grund, äh, für die Konversionsmatrix, was? Ich glaub Konversionsmatrix. Ähm, brauchst du eins. Gut, das hab ich. Okay, cool, ähm, ich muss Kohle einschmelzen, fällt mir grad so ein, weil ich brauch Grafit. Uh, muss ich auch noch einschmelzen. Kohle hat auch mehr als genug. Ja, ich, weißt du, was ich jetzt immer mach? Ich werd jetzt mal mein ganzes Reaktorzeug wegschmeißen, äh, reinschmeißen und auch mein ganzes Ironzeug. Ähm, und mich mal hinten um die Query kümmern, um die ganzen Kisten. Die leider keine, äh, kein Eisen mehr beinhalten, aber, ähm, ich werd mich... Ob das mit der Quatzer neigschmissen... Ich hab gedacht, du craftest das. Äh, äh, was wollen's gleich nochmal für Ding? ME-Interface. Dann können wir nämlich, äh, die Rohstoffe, die rauskommen, direkt ins ME laufen lassen. Über die Ironpipe. Einfach zack angeschlossen mit, äh, ME-Kabel. Und dann... ME-Interface. Peng, fertig. Das ist ziemlich easy eigentlich zu craften. Ist nicht schlimm. Und ich erbarm mich mal und du mal die Query ausmisten. Und wir werden... Weiß ich nicht, ich stell... Ich glaub, ich werd's ja wirklich nochmal aufstellen müssen. Zum Ende der Aufnahme stell ich die Query nochmal auf. Damit wir... Damit wir... Hier... Hm, wie viel bringt der? Nichts, weil er leer ist. Klingt auch irgendwie logisch. Äh, Gravel. Erstmal das ganze... Ich tue jetzt erstmal ausmisten alles. Was wir nicht brauchen. Gravel kann raus. Limestone kann... Limestone kann raus. Salpeter kann raus. Und Sulfur kann raus. Erstmal. So, ich jetzt erstmal... Die Kohle soll nicht raus. Erstmal hier rein. Alles. So Kiste für Kiste. Wird das schon wieder Nacht? Oh Gott. Chris, könntest du dann mal schlafen gehen? Wir haben ganz viele Bienen sind hier drin. Rocky Drones. Die hätte ich vielleicht auch mit ausmisten sollen. Aber naja. Und... Die ganzen Farbstoffe. Ah, ja, ja, ja. Oh, dann geh ich sofort schlafen. Einfach alles in den Mülleimer. So, Farbstoffe. Das restliche Zeug hebe ich mal auf. Hier, Limestone. Okay, Limestone. Passt. Was soll man viel sagen? Limestone. Ja, da... Nee, da war nicht mehr so viel drin. Schleimbälle sogar. Nice. So. Äh, Sand hebe ich auf. Den brauchen wir. Gravel. Gravel wieder raus. Weg damit. Danke. Salpeter. Ja gut, die ersten Kisten... Die ersten Kisten brauchen wir noch immer am längsten. Bisschen ausmisten. Weil das meiste Zeug drin ist. Ja gut, das Ausmisten haben wir jetzt halt auch nur noch so lange. Pellets of RTG Fuel. Okay. Haben wir ja auch nur noch so lange. Snowy Dead Forest Biom. Wow. Wir haben acht Seiten auf Snowy Dead Forest Biom. Also verschneites, totes, toter Wald. Rocky Drone. Hey, zwei... Weißt du es? Ich will es, glaube ich, gar nicht rausfinden. Weißt du, für Mysticraft, für neue Welten. Ähm, hey, wir haben zwei Sättel. Was wenig bringt, weil... Ich glaube, hier in der 164 gab es auch keine Pferde. Schweine. Mein Schwein schläft gerade. Ich habe nichts gesagt. Ohne Worte. Ich habe nichts gesagt. Falls sie das jemals sehen sollte. Ich krieche auf die Schnauze. Ja, siehste. Ich bin boos. Ich kriege keine auf die Schnauze. Ich darf es nicht vergessen. Sie weiß, wo du wohnst. Ich weiß ja auch, wie das Navi funktioniert. Leider ja. Leider ja. Deswegen ist ja das Problem. Deswegen werde ich es ja nicht los. Einfach im Wald aussetzen. Google Maps ist leider zu einfach. Wieder das Safari-Netz und alles. Ich brauche mal äußern. Achievement. Small step to, äh, to journey. Okay. Ich schmeiße jetzt mal das ganze Ohrzeug alles in ein. Eine Kiste hier rein. Limestone kommt weg. So, dann tue ich es mal kurz sortieren. Es gibt einfach kein Eisen mehr. Nächste Kiste. Ja, die Farbstoffe. Salpeter, Sulfur. Iron Scrap, okay. Ich glaube, daraus kann man sogar Eisen wieder machen. Ich weiß aber nicht, wie. Okay, ist ja ausgemästet. Salpeter, Salpeter. Oh, ich habe wieder Eisen. Und jetzt hat auszusehen, neun Iridium. Hat doch vorhin schon gesagt. Trotzdem, ich wundere mich jedes Mal wieder, dass wir neun Iridium haben. Das ist halt viel. Jetzt haben wir schon insgesamt zehn Iridium. Ich kann mich noch erinnern an das letzte Mal, wo ich gespielt hatte. Da hatte ich ein Iridium. Ja, da haben wir das erste Iridium bei der ersten Quelle gefunden, ne? Ne, ne, ich meine an sich. Ähm, das letzte Mal, wo ich Tech World gespielt hatte, hatte ich insgesamt ein Iridium. Bis ich es kopieren angefangen habe. Über Yu-Yu-Mather. Zuvor hatte ich kein Iridium. So, ähm, pass auf, ich werde jetzt alles... in der Phase mach. Ja, du kannst auch zwei machen. Das ist... an sich sehr egal, weil, äh, wir werden eh später mehr benötigen. Also, wenn du sagst, ich, ich du gleich mal für die Zukunft, äh, basteln, dann ist es auch okay. Brauchen werden wir es eh. So, jetzt misse ich schnell noch da aus. Da ist überall nichts drin in den Kisten. Das ist gut. Also, in den Kisten hier hinten ist mal überall nichts drin. Ich, ich mach die schon mal so weit, dass wir sie, äh, für, äh, an der nächsten Position aufstellen können. Reise ich das schon mal ziemlich gut ab, alles. Dann. Was ist denn draus? Ich weiß immer noch nicht, ob wir die Holzkisten überhaupt gebraucht hätten, aber ich gehe ja lieber auf Nummer sicher. Kann ja sein, dass irgendwo dann Salpeter? Wieso gehe ich denn unter in den Nether und hole mir ein Nether-Quarz? Denn, ja, das brauche ich trotzdem Scheiß drauf. Jetzt habe ich's zeitlos vergessen. Äh, Gravel? Die Farbstoffe wieder. Farbstoffe. Gravel? Limestone. Farbstoffe. Salpeter-Sulfur. Gravel. Limestone. Farbstoffe. Salpeter-Sulfur. Gravel. Limestone. Jetzt muss ich nochmal hier schnell die Holzkisten mit rein, so. Oh, ach ja, die D-Mann-Pipes schmeißen wir auch mal mit rein. Ich tue das mal alles jetzt mal so auf paar Kisten ordnen, also dass wir dann nur noch zwei Kisten haben, der Rest ist schon mal abgebaut. Farbstoffe. Ähm, Farbstoffe. Rocky Drones. Sulphur. Gravel. Oh, ich habe noch ein Stack Eisen gefunden. Einen. Schön. Ja, Gott, sechs durchgejaucht. Hm, wir brauchen noch viel, viel, viel mehr. Also ich weiß nicht. Ich würde, wer vor sich, also ich werde jetzt dann, ich habe noch ein paar, ein bisschen Yellowium-Fillrots. Ich werde mir den Yellowium-Fillrots erstmal auffüllen, aufbauen. Und dann gucke ich mal weiter, wie viel ich noch brauche, damit wir nicht unser ganzes Eisen verblasen, dass wir schon wieder kein Eisen mehr haben. Das hatten wir letzte Aufnahme schon und vorletzte Aufnahme. Das haben wir eigentlich immer. Kurz und knapp, immer, immer kein Eisen. Bruder, Gold hatten wir auch schon am Mangel, gell? Anfang. Anfang, aber. Hey, ich habe Stealingids. Ich habe 35 Stealingids, habe ich. Hier. Und nochmal zwei Iridium. Wir haben zwölf Stacks Eisen. Okay, damit kann ich zwei Stacks die Lurium herstellen. Und hier Tin-Inget, also. Ehrlich, wie es ist, dass wir, es ist echt geil, dass wir hier direkt unter uns die Mine abgebaut haben. Die ganzen Kisten und alles, das merkt, das merkt, das merkt man schon. Fast hätte ich ja Diamant-Pick-X weggeschmissen. Das merkt man schon. Kann ich wirklich sagen, das merkst du krass. Weißt du, was ich mich freue? Auf Urlaub? Keine Ahnung. Auf den Iridium-Dreel. Iridium-Dreel? Au. Na ja. Ja, so ein bisschen. Weil der ist auch, ne ja, der ist nervig zu craften. So. So, ich schmeiß jetzt mal schnell hier alles in ein paar Kisten zusammen. Damit das mal aufgeräumt wird hier. Oder ein. Das ME-Interface habe ich zwei Stück in der Aufnahmekiste. Wunderbar. ME-Cable haben wir ja auch schon. Das heißt, ich brauche nur noch dann den Reaktor fertig zu machen. Kannst du mal Wetterkollektoren machen? Gott, das hört von hier irgendwie nicht auf. Oh, das wird vernichtet. Das wird nicht weniger. Irgendwie, ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab und ich glaube, ich weine gleich. Wir haben wenig Gold rausgekriegt. Wetterkollektoren. Wetterkollektor. Vier Stück. Ah, Plastik-Sheets. Müssen wir noch paar haben. Eisen. Team-Frame. Weil dann können wir diese, dann mache ich erstmal den Reaktor fertig. Und dann kann ich eigentlich direkt weiter an die Selbstversorgung gehen. Das würde ich aber dann für nächste Aufnahme, also wenn wir das dann einfach für die Aufnahmekiste, das Zeug dann reinschmeißen, dann reicht das schon. Iron-Bars. Rögt mal. Das ist böse. Iron-Bars, da müssen wir vorsichtig sein, weil da brauche ich selbst viele noch. Nicht runterfallen ins Wasser. Nein! Ich suche nur Wasser. Ja, aber es ist ins Query-Loch reingefallen. Irgendwas. Redstone Rezept Coil. Ich sollte hier aufhören, die Kisten abzubauen, weil da zu viel drin ist mittlerweile. Einfach die Kisten abbauen und da reinstellen, sondern es erstmal leer machen. Egal was alles drin ist, einfach leer machen. So. Schauen wir mal, ob da noch was reinpasst. Nope. Mal hier weiter. Oh, ich habe noch so eine scheiß Rocky-Drone. Okay, das können wir dann nochmal ausmisten. Erstmal grob ausgemistet. Geht schon. So. Zack. Jetzt kann ich hier räumig.